Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch heute mit und zeige euch, wie ich mein Frühstücksmüsli zubereite. Und ich hoffe, das macht wunderschöne Geräusche. Als allererstes nehme ich einen Natur-Yoghurt. Und dann fülle ich mir einfach was in meine Schale ein. Ich fülle mein Gefähr so aus. Dann nehme ich mir Leinsamen und mache da beliebig viel in meinen Joghurt rein. Und da ich nicht ohne Zucker kann, kommt noch ein bisschen. Zucker hinzu. Einfach so, das reicht. Und dann kommen noch Haferflocken rein. Und dann kann ich mich dazu schon wiederholen. Und jetzt muss ich mich dazu nehmen. Ich finde es schon sehr gut. Und dann kommt es in der Le connections mit Schlechan. Und dann kommt es in der Leitung. Und dann kann ich mich dazu nehmen. Das war's für heute. Fürs Erste sieht das erstmal so aus, mich wirklich aufregend. Und jetzt schneide ich mir noch ein bisschen dran rein. Okay. Und mach einfach noch Scheibchen. Und mach einfach noch Scheibchen. So. So. I can smell it better. So. 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 Den werde ich kleinrasten. Ich habe die Farbe und die Farbe und die Farbe und die Farbe. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn ich die Krache-Maus gemacht habe, musste ich dieses Video kurz abbrechen. Aber das Müsli wäre sowieso jetzt so fertig. Und mir schmeckt das richtig gut so. Und je nach Belieben. Ihr könnt auch Birnen reinschneiden oder Himbeeren reinmachen. Ananas. Also eure Fantasie und Geschmack ist echt keine Grenzen gesetzt. Ich finde das zum Frühstück richtig lecker. Vor allem gibt es richtig gute Energie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.